Es geht jetzt an den zweiten Streifen. Und zwar ist der Streifen zwischen den beiden eng nebeneinander liegenden Gleisen komplett zugewuchert. Sowohl im Original als auch in dem anderen Anlagensegment, das ja schon fertig ist. Und somit muss ich den auch hier zuwuchern lassen. Das Problem dabei ist, das Grünzeug nicht zu sehr in die Schotterbetten zu werfen. Aber trotzdem einigermaßen deckend zu sein. So, dann kann ich die erste Erwässerung schon durchziehen. Dann das vorsichtige Nachschütten. Und das ist einiges. Und dann das vorsichtige Nachschütten. Was ist das�gegen? Was ist das? 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 Das war's für heute. 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 Wow. Und da ist natürlich auch ein Unkrautbewuchs vorhanden. Und den gilt es jetzt mal aufzuwerfen. Das war's für heute. Und das war's für heute. Und natürlich wieder mit grün abstreuen. Und das war's für heute. Und das war's für heute. Und das war's für heute. Jetzt muss ich das Zeug wieder impfen. Jetzt muss ich das Zeug wieder impfen. Und dann natürlich auch wieder abstreuen. Und dann natürlich auch wieder abstreuen. so. 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 Was hier schon liegt, muss auch geleimt werden. Und was geleimt ist, muss selbstverständlich auch noch abgestreut werden. So. 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 Das war's dann für dieseyl بعد. Und dann ist auch wieder das ferne. Vielen Dank.